Halli Hallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren kleinen Mega Opening. Wir haben ein kleines Päckchen bekommen und ja, was sich darin befindet, das erfahren wir nach dem Intro. So, ja, ihr habt es erfasst. Wir haben einen ganz großen Haufen Papier. Ach du Schande, da hat er wieder Booster gebastelt. Wir erinnern uns, wir haben schon einige Spendenpakete vom lieben Kevin bekommen, wir haben noch nie was gekauft und diesmal haben wir was gekauft und nur, ach ne je, das wird lustig. So, wir haben hier Booster und leere Höhen. Das ist alles Verpackungsmaterial. Und dann haben wir hier noch Magic Karten. Auch, gut, das lassen wir jetzt mal drin. Ähm, ansonsten haben wir hier nichts verpasst. Ne. Gut. Dann haben wir hier Booster. Also wir haben sogar Bonus. Wir haben einmal Bonus, das ist also das erste Päckchen. Das ist wieder Bonus. Wieder Bonus. Päckchen 5. Wieder Bonus. Päckchen 7. Ah, okay, so sind die durchnummeriert. Ah, der hat die nicht extra nummeriert, der hat die gedingst. Genau. Also, ähm, ich schätze mal, er hat die nummeriert, damit wir die in entsprechenden Reihenfolge aufmachen. Das ist jetzt mal meine logische Schlussfolgerung. Ich sortiere das mal kurz und dann sehen wir uns wieder, ja. So, ja, ich habe jetzt die einzelnen Päckchen hier neben mir auf den Boden gestellt. Da kann ich sie dann gut wegnehmen. Ähm, das erste Päckchen ist kein Bonus. Das ist etwas von dem, was ich gekauft habe. Ja, insgesamt habe ich so um die 150 Euro gezahlt. Ähm, steht ja auch im Titel. So, ja, und wie immer bei Kevins Openings, ähm, ist das Glück nicht auf meiner Seite. Wir befinden uns jetzt bei Aufnahmeversuch 3. Das erste Mal ist meine Kamera abgeschmiert. Das zweite Mal hat meine Katze unglaublich grauenvoll angefangen zu jaulen. Und wenn sie das jetzt nochmal tut, dann wird sie auch zur Karte, weil dann hole ich mich das Siegel raus. Ähm, genau. Also, aber wir haben jetzt das erste Pack schon offen. Ich habe es auch schon gesehen. Ich meine, ich weiß generell, was drin ist, weil das ja eins der Packs ist, wo die Karten drin sind, die ich halt gekauft habe. Die anderen sind aber noch zu und ich hoffe, dass sie das auch bleiben vor Ende des Openings. Dementsprechend starten wir jetzt auch durch. Und zwar haben wir als erstes Ruf der Gejagten, ähm, hier in Ultra-Rare als Skillkarte. Und das finde ich halt richtig cool. Ich mag diese Skillkarten einfach von hinten nicht. Ihr wisst ja, wie die aussehen. Ich mag die einfach nicht. Aber von vorne sehen die halt relativ cool aus. Und ich finde, dass der Ruf der Gejagten als Skillkarte besser aussieht als als Fallenkarte. Fragt mich nicht warum. Ich finde das übertrieben nice. So, ja, einfach, einfach mega. Gefällt mir unglaublich gut, muss ich sagen. Ähm, genau. Die legen wir uns auch direkt raus. Ich schrei die hier einfach mal so auf. Ähm, dann haben wir den geheimnisvollen Ritter-Joker. Das sind jetzt tatsächlich alles Karten eben aus diesen Speed-Duel-Sets, die da rausgekommen sind. Der Kugelkoribo. Ähm, ich glaube, das war auch eine der wertvollsten Karten aus dem Set. Und das ist eigentlich gar keine Oldschool-Karte mehr, sondern die ist ja schon ein bisschen moderner. Ähm, dann haben wir den Wüsten-Twister. Das ist eine Karte, die gab es auch in Ultra-Rare bei uns. In Tactical Evolution. Genau wie den Kugelkoribo. Den gab es, glaube ich, irgendwie aus der Jump oder so. Ähm, sehr schöne Sache. Dann haben wir den, äh, Twister. Die gab es bei uns, glaube ich, als Ultimate und als Rare, ne? Das war auch irgendwie so eine GX-Karte, wenn ich mich nicht täusche. Dann haben wir Michizure, oder Michizure, wie man den auch immer ausspricht. Ähm, eine Karte, die irgendwie so gar nicht in meinem, äh, Kartenindex, den ich in meinem Kopf habe, sozusagen vorhanden ist. Keine Ahnung, das Artwork kommt mir bekannt vor, aber der Name irgendwie nicht. Ähm, ja, genau, die ist auf jeden Fall hier. Und das kann ich ja prediken, weil ich habe das erste Pack ja schon versendelt. Zweimal drin. Ähm, dann haben wir sehr schön, äh, Royal Flush mit Yugi drauf in Super-Rare. Wie gesagt, die Skill-Karten finde ich halt echt cool. Ähm, ja, so, so, äh, mit diesen Charakteren sowieso. Ja, einfach cool. Den hätten sie vielleicht ein bisschen ägyptischer machen können. Wenn schon blau, dann vielleicht die Hieroglyphen oder so. Naja, es ist halt Speed-Duel, ne? Genau. Ähm, dann haben wir zweimal den ectoplasmischen, oder die ectoplasmische Stärkung. Den, äh, Charakter kenne ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ähm, der ist aus Duel Monsters, soweit ich weiß. Aber er sagt mir überhaupt nichts mehr. Ähm, ich muss die Serie mal wieder schauen. Das sind solche Momente, wo mir das bewusst wird. Und ja, und wie gesagt, so sieht halt die Rückseite aus. Und das gefällt mir nicht, weil das ist nicht typisch Yu-Gi-Oh. Das ist, also ich finde, Yu-Gi-Oh sollte nicht alle seine Erkennungsmerkmale über Bord werfen. Auch nicht für Skill-Karten. Die haben wir eben auch zweimal drin in Super-Rare. Ähm, okay, und das ist jetzt die letzte Karte, bei der ich angekommen bin, bevor meine Kamera abgeschmiert ist. Ähm, das heißt, alles was danach kommt, ist jetzt für mich eine halbe Überraschung, sag ich mal, weil ich hab die Karten ja gekauft, ich hab die Liste gesehen, ich hab die Preise so ein bisschen abgeglichen, sag ich mal. Ähm, genau, und ja, das ist, wie heißt die Karte? Ödland, glaube ich. Ähm, bei uns ist das auf jeden Fall eine normale Zauberkarte. Hier ist das wieder eine Skill-Karte, sehr schön auf jeden Fall. Sieht mega nice aus. Also speziell diese Art von Skill-Karten gefallen mir sehr gut. Wie halt eben den Ruf der Gejagten und den, äh, direkt ins Grab. Ähm, genau, haben wir hier anscheinend noch ein zweites Mal. Und, oh, dann haben wir, sehr cool, Zenju the 1000 Handel, ja, weil, äh, wir haben ja den Manju, der, der schon, äh, einen Super-Rare-Print bekommen, der hat schon einen Holo-Print. Äh, Zenju hat immer drauf warten müssen und, ja, jetzt hat er endlich einen, auch wenn es in Speed-Duel ist. Du kannst ja die normalen Speed-Duel-Karten auch im normalen Game einsetzen, aber umgekehrt nicht. Ähm, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ja, finde ich schön, dass wir den jetzt in Super-Rare rausgebracht haben. Und mir gefällt auch das Finish der Karten irgendwie. Also das sieht halt echt geil aus. Muss man einfach sagen, sieht echt geil aus. Oh, wir haben nochmal einen Zenju. Einen zweiten. Dann haben wir in, ah, einen Super-Rare, den, äh, Ritter des Königs. Die gab's, glaub ich, äh, oh Gott, also was gab's die bei uns? Ähm, ein Ultimate gab's ihn und ein Rare, glaub ich, ne, und dann kann man halt. Also der Super-Rare-Print müsste neu sein. Oder vielleicht auch ein Ultra aus irgendeiner Legendary Collection. Bin ich mir jetzt grad nicht sicher. Aber Super-Rare haben wir ihn oder müssten wir ihn auf jeden Fall noch nicht haben. Dann haben wir den schwarzen Meteor-Drachen. Den haben wir bereits in Super-Rare und zwar aus... PRC1, glaub ich, das war so ne kleine Tin-Box. Da war auch der Meteor-Drache drin. Den, äh, weiß nicht... Ja doch, nur da, glaub ich, sonst hatte der keinen Reprint mehr. Und zu guter Letzt haben wir noch, ähm, Drachen-Seelen-Schwert. Ja genau, das, das waren, glaub ich, alle Holos aus diesem Set. Ähm, er hat das ganze Display aufgemacht so. Und, ähm, genau, das dürften alle Holos auf jeden Fall gewesen sein. Ich glaube, mehr war da auch nicht. Ähm, wir kommen zum zweiten Pack. Ja, das ist jetzt wieder der Moment, wo ich irgendwie ganz unsanft unterbrochen werde. Ähm, ja, ihr seht ja, ich hab, äh, gezahlt 150 Euro. Sollte hier auch ein Ding stehen im Titel. Das ist ein relativ guter Preis, vor allen Dingen, wenn man da noch bedenkt, was da vielleicht gratis mit dabei ist. Ich weiß es zwar nicht, aber in der Regel nichts allzu schlechtes. Und was zum Fick. Okay. Äh, dann machen wir den Kiesel hier mal auf. So. Okay. Wir haben etwas, wo drauf geschrieben wurde. Ne, doch nicht. Okay, wir haben eine Kamen. Ähm, die geh ich jetzt einfach mal so durch. Ich bleib mal stehen, wenn irgendwas Besonderes kommt. Das sind jetzt alles Cummins, 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 Cummins. Das ist jetzt wie gesagt ein Bonus-Pack. Gras-Schüler. Ist immer sehr cool. Auch in Cummins. Der ging, glaube ich, also vor einiger Zeit noch was in Cummins, drüben in Japan. Also so vor drei Jahren oder so. Genau. Genau, wir haben jetzt Cummins, Cummins, Cummins. Ähm. Die gibt es bei uns noch in Secret und Gold Secret. Und, ja, okay, das war der erste Bonus-Stapel. Den legen wir mal beiseite. Und machen weiter mit dem dritten Stapel. Ähm, beziehungsweise mit dem dritten Pack. Das ist auch ein Bonus-Pack. Ähm. Spannend, was uns jetzt hier erwartet. Ach ja, diese Booster-Packs immer aufzukriegen, ist immer sehr abenteuerlich. Vor allen Dingen, wenn man halt nicht die Ding zerstören will, die, die, ähm, die Karten kann. So, es geht weiter mit Rares, habe ich das Gefühl. Ähm, gehen wir mal durch. Okay, interessant. Das sind alles so Karten, die wir als Secret oder Super Rare kennen aus Dragon of Legends. Ha, Blocker. Ja. Genau. Ha, Lily-Botter. Haha. Okay, auch cool. Jetzt haben wir Rares gehabt. Kommen wir zum Pack Nummer 4. Pack Nummer 4. Ähm. Brauchen wir dafür ein Messer? Ah, hier. Huh, das war knapp. So, was erwartet uns im Bonus-Pack 4? Uh, hier haben wir als Holos. Genau, Rangsteigerungszauber in Ultra Rare. Sehr schön. Nochmal ein Rangsteigerungszauber. Ah, in Super Rare. Ähm, das Auge von Timeus. Na, mal Triebwagen Raufbold in Super Rare. Dann die Nummer 58. Auch cool. Die gab es bei uns, glaube ich, soweit ich das beurteilen kann. Nur in Kammen. Dann haben wir, oh, C Nummer 73. Abyss Superspritzer hieß die, glaube ich. Oder war es der normale Abyss? Aber nee, das müsste ja Abyss Superspritzer gewesen sein. Auch cool. Bei dem Namen musste man damals immer ein bisschen lachen. Ähm, dann haben wir den Mathematiker. Auch cool. In Super Rare. Gab es jemanden in Super? Ich glaube, den gab es nur in Secret und Gold oder so ein Zeug. Oder in Ultra. Aber in Super glaube ich nicht. Sehr schön. Und dann haben wir noch A-Brachial-Sense. Ähm, Wächter-Brachial-Sense, genau. Den gab es bei uns ja auch in Secret und in Ultra Rare. Also sehr schön auf jeden Fall. Das ist ein cooles Bonus-Pack gewesen. Das hat mir sehr gut gefallen. Zwei Ultras und der Rest super. Richtig cool. Machen wir weiter mit Pack Nummer 5. Pack Nummer 5 ist jetzt wieder was gekauftes. Äh, ich weiß jetzt noch nicht genau, was von denen gekauft sich da drin befindet. Aber ich weiß, was ich mir im Allgemeinen gekauft habe. Dementsprechend wird das jetzt wieder eher eine Überraschung für euch sein, als eine Überraschung für mich. So. Ah, genau. Wir haben Linko-Ribu und Ultra und das müsste sogar parallel sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau. Seht ihr diese Parallel-Streifen? Ganz leicht. Genau, das ist das Linko-Ribu und Ultra Parallel Rare. Sehr schön. Also Linko-Ribu gefällt mir schon extrem gut, muss ich sagen. In der selben Rarität haben wir dann auch hier den Geister-Oder. Ja. Genau, der kommt auch aus dem 20th Anniversary Pack. Sehr schön. Dann haben wir das... Oh Gott, das war glaube ich das Schokoladen-Mager-Mädchen, wenn mich nicht alles täuscht. Dann haben wir hier zweimal. Einmal legen wir sie raus und... Oh, dreimal. Zweimal lassen wir sie mal weg. Dann... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie hieß die Karte nochmal? Ich weiß es gerade nicht. Ne, aber die war sehr, sehr beliebt auf jeden Fall. Die kam ja in Super-Rare raus, in der Special Edition. Und war da relativ begehrt, zeige ich mal. Und dann kam in der Hauptzeit, was? Extreme Force irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall cool. Nice to have. Ist auch in diesem Ultra-Parallel. Da haben wir auch zwei von, die legen wir uns auch mal raus. Die sind halt echt geil. Dann haben wir in Ultra-Rare den roten Neustart. War bei uns eine Super-Rare, eine der... Oder die teuerste Super-Rare in dem Hauptzettel, in dem sie damals rauskam. Sehr cool. Oh, davon haben wir eins, zwei... Und noch einen dritten sogar, auch cool. So, wir machen weiter mit dem Pack Nummer 6. Das ist wieder ein Bonus-Pack. Hier haben wir jetzt also wieder Karten drin, die nicht im Kaufumfang enthalten waren, sozusagen. Bin gespannt. Ob wir jetzt... Also ich nehme mal von der Dicke des Packs, entnehme ich einfach mal, dass wir hier wieder einen Haufen Cummins drin haben werden. Oh, nice. Schaut euch das mal an. Der Red-Eyes-B-Dragon. First aus dem Starter-Deck. Joey. Deutsch. Du, die Karte ist Nirmand. Die Karte ist... Jetzt habe ich mich zwar gespoilert, aber what the heck. Okay, die legen uns auf jeden Fall mal raus. Das ist ja mal mega krass. Schaut euch das mal an. Dark Magician. Der sieht auch Nirmand aus. Aus dem Starter-Deck. Oder, warte, hat der da einen Knick? Ja, hier hat er einen leichten Knick. Jetzt gucken wir uns doch mal an. Wir versuchen diesmal nicht zu spoilern. Okay. Ne, ne. Der ist Played. Der ist Played. Aber der ist trotzdem noch besser vom Zustand her als so manche andere Dark Magicians, die man so findet. Auf jeden Fall mega cool. Der Dark Magician. Dann haben wir noch den Blue-Eyes. Den Blue-Eyes aus dem SKE. In Super-Rare. Dann den Dark Magician aus dem Duelist-Pack Battle-City. Oh, Bestrafungsdrache. Mega nice, Leute. Mega nice. Das ist ja erstmal das Court of the Duelist. Ne Ultra. Ne Booster-Ultra. Alter. Bestrafungsdrache, Mann. Dem habe ich witzigerweise, als das Set neu war, ewig hinterher gejagt sozusagen. Wollte mir keiner geben. Jetzt habe ich auf einmal alle. Geil. Hier gibt es auch ein Ultimate-Rare aus Japan. Das sieht ja auch mega fett aus. Jetzt haben wir hier eine Rare. Der braugige ultimative Drache. Dann Ginso in Rare aus dem Battle-Pack. Oh, nice. Guckt euch das mal an. Das ist ein Habchen Flederwisch aus P5 in Ultra-Rare. Nice. Sogar im alten Layout. Im zweitältesten, das es gibt. Also das Älteste. Nochmal so eine kleine Info. Da war der obere Kasten hier ein bisschen schmäler. Es gab keine Set-Angabe. Und auch kein Auge von Nanubis. Sehr cool. Das ist einfach geil, Leute. Das ist geil. Den legen wir auch mal raus. Dann haben wir nochmal als Bonus einen Ritter des Königs in Super-Rare. Sehr schön. Oh, geil. Guckt euch das mal an, Leute. Aus dem Originalset von damals. Der Paladin des Weißen Drachen. In Ultra-Rare. Bei uns erschienen in MFC. Magicians Force. Hier aus dem Originalset 302. Ich muss mal gucken. Gab es irgendeine Zensur? Ich glaube nicht, ne? Mega nice. Ich liebe diese Karte. Ich liebe sie einfach. Das ist so übertrieben fett. Alter. Die legen wir natürlich auch raus. Gerfried der Eisenritter. Den gab es bei uns in Super-Rare auch. Aus PSV. Genau. Wir haben ihn hier jetzt aber auch wieder im alten Layout. Was halt richtig geil ist. Im alten sieht halt mega nice aus. Sehr schöne Karte, muss man schon sagen. Und auch die Lore zu Gerfried ist relativ cool. Ich glaube, Yu-Gi-Oh Insider hat da mal ein paar Videos zu gemacht. Dann haben wir... Da sehe ich was. Und zwar haben wir hier die Karte der sicheren Wiederkehr. Und zwar im unzensierten Artwork. Da hat der Dude nämlich nichts an. Das erinnert mich immer so an ein Video von Influenza-Ente. Wo er mal die Karte gezeigt hat und gesagt hat, er findet das viel geil, wenn der Typ nichts anhat. Viel geiler, wenn der Typ nichts anhat. Da dachte ich mir auch so, okay. Ne, aber das ist auf jeden Fall eine echt coole Karte, so im unzensierten Artwork. Wobei ich jetzt nicht sagen kann, dass die im unzensierten irgendwie schöner ist, als die im zensierten Artwork. Weil das macht sich halt... Da ist halt nicht viel um, weißt du. Genau. Es war cool, dass wir die haben. Die ist wichtig für die Samen. Oh, Leute, guckt euch das mal an. Ein faszinierender Kreis im unzensierten Artwork. Auf jeden Fall mega cool. Ich glaube, die ist auch so im Fünfer oder sowas in der Richtung wert. Dann haben wir... Ah, Chimeratech Überdrache. Auch eine schöne Karte. Die gibt es auch bei uns als Ultra. Oder als Ultimate Rare, glaube ich. Mega nice. Dann... Oh, warum muss ich... Oh, ne, schade. Leute, das ist eine alte, eine uralte Super Rare aus einem Volume Pack. Die müsste... Ja doch, das müsste die aus dem Volume Pack sein. Harpchen, Flederwisch. Und ihr seht, das ist auch das allererste Layout. Kein Auge von Anubis, keine Z-ID. Und der Kasten hier ist wesentlich kürzer. Ah, ist das schade, Alter. Oh, ist das schade. Alter, ist die hinüber. Aber die ist bestimmt noch hier in einem oder anderen Euro wert, weil... Diese Karte ist so alt. Die ist wirklich so uralt. Alter Vater, die legen wir uns auch raus. Dann haben wir noch einen etwas ramponierten Elemental Stratos. Sowie einen, oh Gott, ein Cyber Finsternis Horn aus Cyber Dark Impact. Äh, da sind mehrere Karten drin, sehe ich gerade. Cyber Dark Impact, ein Super Rare. Vielleicht noch ein Horn, oder? Ach ne, Karten, die dazugehören, ich leg die mal hier weg. So. Und zwar das Cyber Finsternis Horn, Cyber Finsternis Sake, äh, Cyber Finsternis Knochen und Cyber Esper. Ich weiß nicht, gab's hier noch bei uns als Super Rare? Da bin ich mir nicht sicher. Ultimate und Ultra Weiß, sicher aber super. Oder gab's hier nur in Super und Ultimate? Da muss ich mir jetzt noch drüber informieren. Genau. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Pack. Was auch schon das letzte Pack ist, und er sortiert das ja immer so hin, dass das Beste am Schluss kommt, habe ich das Gefühl. Ähm, dementsprechend schauen wir mal. Von dem gekauften müsste jetzt nämlich hier tatsächlich auch das teuerste kommen. So. 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 Genau. So. 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 los, wenn du so aus dem Boosters etwas kann hoch bis zu 200 gehen gar kein Thema also da haben wir Elementar Held Neos in dieser Rarität dann haben wir den Nummer 39 Utopia in 20th Anniversary Secret dann haben wir den buntäugigen Wendeldrachen in 20th Anniversary Secret das ist glaube ich sogar die günstigste von allen die es gibt dann haben wir im normalen Prismatic Secret Rare den alternativen blau gegen weißen Drachen der auch relativ teuer ist aber auch mega nice das sind so die Highlights des Ganzen wir haben das Dunkle Magier Mädchen im Movie Pack Artwork die kommen alle aus dem 20th Anniversary Set mega geil in Secret Rare auch noch nie gesehen die ist ursprünglich auch in KC Rare rausgekommen und war mit 80€ saumäßig teuer heute ist es so eine 1€ Karte bei uns und auch die KC Variante kostet nichts mehr hier haben wir jetzt den den Vivern aus diesen 20th Anniversary Promos diese neuen 6 Karten die von Katsuki Tagahashi persönlich gezeichnet wurden und die auch genauso in dieser Rarität bei uns rauskommen werden immer wusst in der TIN sehr cool dann Effect Veiler in Secret Rare auch mega nice also ich muss sagen in Secret macht der schon einiges her zwar nicht so viel wie in Ultimate aber trotzdem saumäßig geil dann ja den haben wir natürlich aus der TIN Box in Secret aber halt nicht in Prismatic Secret sieht auch unglaublich cool aus der Cyber Drache mega nice also ihr merkt hier sind jetzt so die ganzen Highlights drin ähm genau das ist das Apfel Magermädchen dann haben wir nochmal den Link Kuribu das ist auch mega nice Link Kuribu in Prismatic Secret macht halt auch ganz schön was her so ich könnte mir Link Kuribu auch gut in Ultimate wieder vorstellen das ist übrigens einer der wenigen modernen Kuribus den ich cool finde also muss man einfach mal sagen dann eine Karte deren Name ich jetzt gerade leider nicht weiß aber die ist bei uns glaube ich auch irgendwo rausgekommen ich weiß aber nicht mehr welche Karte das ist das äh das ne kann ich mich leider nicht mehr dran erinnern und zu guter Letzt haben wir nochmal roter Neustart und zwar ein Prismatic Secret Rare ja das soll's gewesen sein vielen Dank lieber Kevin für unseren guten Deal und für die netten Bonuskarten ihr könnt mir jetzt mal ein Feedback da lassen ob ihr mit der Sendung genauso zufrieden seid wie ich wir sehen uns zu einem weiteren Mega Opening und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif so